Ihr könnt aber auch alle nur heulen, ey. Wieso denn ihr alle? Aftermath. Ihr könnt nur alle heulen, außer Diels. Ja. Ey, das ist besser, das fuckt aber auch hart auch, weil keiner so Panic-Kneifer ist. Ja, kein Panic-Kneifer. Ja, dann Panic-Kneifer doch als immer. Aber bei meiner Messert, ja. Dann musst du ja auch die Taste belegen, ne? Ja, sieben. Ne, sieben ist aufheben. Ich weiß echt nicht, was bei meiner Messertaste ist. Und bei B Schocksträngel. Ich spiele noch mal zusammen. Kelle. Ja. Ja. Mach raus, dass ich keine Sorgen habe. Hey, Kelle. Ja, Dominika, ja. Vielleicht mal um. Jo, da ist was. Alter. Was los? Sieben halten, um Sprengschlub zu platzieren. Was ist denn du für die Steuerung? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Alter. Was ist das denn? Was ist das denn? Nix für. War deine Seite? Ja. Und nur als bei... Aaaaaaah. Und nur als bei... Hör, ich war bei mir viel mehr drauf. Suchen und zerstören. Ja. Ziele ausschalten. Gab's hier eigentlich schon mal ein 12-0? Keine Ahnung. Deck of 2? Wär das mal Zeit, Jürgen. Das ist auch ein Cold. Ohne Witz, wie er da ich mein Scheiß Visier, wisst ihr das? Guck in der Steuerung. Deine Ahnung. Wird ja auch meist sagen... Alter, ey, ich spiel nur mit halbem Leben. Oh, und welches Cold of Duty war das, wo Keller das Leben hochgeschraubt hat? Deck of 3. Deck of 3 war das! Nein. Doch. Deck of 3 Battle. Wo man... Nein! MW2 war das! Ja, genau. Weil man das... Ey, das war noch mit Messer. Deck of 3 hatte ja kein Messer. Und da musste man ihm noch zweimal Messer, damit der stirbt. Aber warum haben wir das denn eingestellt? Ey, Keller hat das eingestellt, weil der triggert war. Weil er so schnell gestorben ist. Ja, können wir mich auch nichts daran erinnern. Doch, doch, doch. Keller ist immer Haus und stellt immer alles zu einem, wie es ihm gefällt. Wie das Pipi Langstrom. Weil der dreht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Das war kein Panic-Kneifen. Ah, bei Ego? Bei Ego kann das gewesen sein. Ja, bei mir logisch. Du warst fällig für mich. Nee, bei Ego war es auch kein Panic-Kneifen. Ich hab ja schon gewusst, dass er auf mich schießt. War aber knapp. Ja. Der eine Apparentic-Kleppertin wegkaziert. Der eine Apparentic-Kleppertin wegkaziert. Bombe online. Da ist. Na, vorbei. Alle haben mindestens einen Kill. Alle haben mindestens dreistellige Punktzahlen. Du bist doch ein verfickter Schluckharr, Junge. Du hast mir zwei Hits oder so gegeben. What the fuck, man? Dann kriegen wir schon wieder leer. Der war schnell weg. Der war schnell weg. Da war ich schnell weg. Ah. Können wir Agor verbieten, der Schluck. Ach man, mein, er macht auch keinen Kilometer Sitz nach vorne. Ich bin ja auch nicht Kelle. Aber lass die Header kurz zu machen. Ja, der macht das sehr krass. Was sind das für eine Waffe? Das ist die Scar? Das ist die Scar, ja. Geil. Ja. Okay. Scar macht halt viel Damage, aber auch einen Rutschstoß. Ist ja langsam auch, ne? Ja. Die Ziele beschützen. Aber Multiplayer-Spinni gefühlt alle. Unterwegs. Geil. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. Nicht so tief, Rüdiger. Bündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ja, natürlich. Rüdiger, tust dich. Bündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Das sind zwei Rüdigers. Der letzte. Beende die Mission. Ja, an der Entsporn. Verstanden, Bot? Ja. Ja, ich wüsste euch vor Rüdiger und Rüdiger verstecken. Ist natürlich blöd, dass Nils jetzt hier geplant hat bei A, ne? Ah! Oh! In letzter Sekunde hab ich gesehen, dass da irgendwas war, was da nicht hingehört. Oh Gott. Oh, Scheiße! Oh, fuck! Oh, ich so, warte mal, da stimmt doch was nicht. Oh, shit! Ich wollte mich erstmal reinsetzen, aber das ging nicht. Suchen und zerstören. Ah, fuck off. Das Ziel verteidigen. Jetzt ist mir alles egal. Warum hab ich Pünter rammelt? Das ist schon, äh, vorn. Weil's der Mission ausgeht. Ah, aber das Problem hab ich glaub ich nicht. Ist aber auch, äh, ordentlich, äh, geschluckt. Aber ist auch geschluckt. Joa, der Gora, der hat noch ein zweites Mal diese Ladung gebraucht. Alle haben mindestens 400 Punkte. Und höchstens vier Tode. Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Wir haben mindestens eine Sprengladung gesetzt. Wir haben mindestens eine Sprengladung gesetzt. Guck doch erst in die anderen Richtung. gainene Der wusste nicht, Machus. Nein, du hast ja auch nichts ausgehalten. Vielleicht aber auch nicht so ein geiles Aim. Du hast doch nicht viele hin. Ich hab bei Nils gezählt, das war schon ein Verschiffiger. Spielen ist auch verboten in den Spielen. Das ist das neue ConnoStrike. Werden ist für euch verboten. Weinen ist bei dir anscheinend nicht verboten. Schlocken ist für euch erlaubt. So gewünscht. Oh man, ey. Alter, bin ich wieder rot. Hab ich wieder absoluten Bubba-Header bekommen. Das ist so nervig, ne? Ja. Ah, Kalle, wieder auf dem Auto gekämpft. So. Hast du auch Bubba-Head gegeben? Ah, Kalle, du brauchst dich nicht wieder aufregen, ne? Ich war schlocken. Wir suchen und zerstören. Ah, Kalle, ich bin ich tief. Ich bin ich tief. Ziele ausschalten. Ich bin ich tief. Ich bin ich tief. Ich bin ich tief. Ich bin ich tief. Bei einer Haus reingelaufen, bei A? Ne. Und nah, oder was meinst du? Ja, ja, ja. Noch einer. Der hält was aus. Das Kelle, der schluckt. Vor mir. Oh, nice. Hast du die bekommen? Ja, du wie, One-Shot? Der hat Jonas doch grad gesagt, der schluckt. Der musste doch low gewesen sein. Ich war One-Shot. Ich hab 50 Assists bekommen, also ganz ehrlich. 50 Assists? Ja. Ich war One-Shot. Ja, du wär auch quasi One-Shot. Bei mir war ich halt instant tot. Halbes Magazin in dein Gebrötchen. Ja. Suchen und zerstören. Die Ziele verteidigen. Oh nö, ich hab keinen Bock auf morgen. Ich auch nicht. Und du, Jürgen? Ja, okay. Beide bei mir. Dann machst du beide eh weg. Hinter der Bombe. Ja, ha, 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 ha. Ist klar. Der war schnell tot. Ist klar. 2 Shots? Nein. Der Damage ist im Spiel aber ausgewürfelt, ey. War jeder Schuss drauf, ne? Ja, 3 Stück. Ja. Versuchen und zerstören. Es ist klar, Alter. Das Ziel verteidigen. Das ist nicht meins, ne? Es ist nicht meins, ne? Oh. Oh. Flatsch. Good joke. Du guckst nur da nicht hin. Weil ich auch Mecker wollte. Ja gut, aber du hast doch gesehen, dass er dir hinterher rennt. Ja, die kannst du mir wiedergeben. Bereit machen für die nächste Runde. Ey, Emil? Ja. War ein Flatsch. War ein Flatsch, ne? Und das außerdem auch. Suchen und zerstören. Die Ziele beschützen. Die Killstreak gibt's mal wieder, ne? Ja, ja. Ja, ne, was hattest du? Zweier Killstreak? Oder Einser? Noch gar nix. Oh, Schockleidung ist erstellt. Das Spiel ist so'n Witz. Bei Augen. Oh! Gute Mahlzeit. Direkt über von mir. Okay. Ist A reingerannt? Boah, er schluckt aber relativ viel. Wasser, Jonas, jetzt eben gerade. Oh, wo seid ihr? Wo bist du? Wahrscheinlich hinter mir. Nice mich gleich, ne? Maybe. Da seid ihr jetzt beide irgendwo am Campen, oder wat? Nein. Nein. Wenn du das so sagst, bist du doch am Campen. Ja. Gehört nicht. In diese Runde haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Wegtreten. Du saßt vor der Ecke, oder was? Ja, ich hab mich da jetzt gerade hingesetzt. Weil ich kein Wort mehr hatte hin und her zu laufen. Nee, wir müssen einfach die Bombe abholen. Ich mag die MSMC. Okay. Ist doch auf stärkstem Peak. Das Ziel räumen. Entladungen erlangt. Verbündete Drohne nähert sich. Äh, Drohne, lass mal weg sein. Ich schätze nicht so gut, Kai. Da ist er gegenüber. Beide. Das ist dein Abschuss. Oh Gott, zweit. Du bist der Letzte. Beende die Mission. Hier findet doch einer neben mir. Sieh gesichtet! Äh, Judas legt sich da die Bombe. Suchen und zerstören. Die Ziele zerstören. Die Bombe erlangt. Ey, weil du bist ja mal nicht schneller. Glaubst du? Ich kämpfe da hinten. Nicht sterberig, ey. Alter, ich bin nicht mehr rot. Du hast mich überhaupt nicht... Du hast dich einmal leicht angepustet. Vielleicht solltest du mal besseres Aim haben. Ich habe alle Schüsse drauf, man. Okay. Wo denn? Ah, lang. Entladungen platziert. Sieh schon die Scheiße ein, wenn ich überhaupt Schaden mache und den... Ah, Mann, ich wusste das, aber ich konnte von einer Seite nicht kommen. Bereit machen für die nächste Runde. Obwohl das eine S-Mine war oder so. Das war schön. Das war schön. Was? In front of me. Au. Nachwarten! Vorsicht! Patrouille! Er hat noch einen Hit von der SVU bekommen, bitte. Okay, Kelle, ich kann mir jetzt erklären, warum du nicht so viele Kills machst. Du machst das, Kelle! 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 Jawoll! Ja, natürlich! Achtung! Miele! Kelle! Mach gar keinen Schaden! Er hat aber Baba Ehm gehabt. Miele! Miele! Diese Runde haben wir verloren. Bereit machen für die nächste. Jetzt kannst du mal öffnen, diese Azo-Wörter zu benutzen. Oh, der Fisch. Guck mal! In zwei Wochen beschwert er sich wieder, dass wir die alle benutzen. So wie mit Trigger. Und dann sagt er wieder, das hab ich doch gar nicht integriert. Das haben wir auch gar nicht integriert. Das reicht mir schon, wenn dieses Fortnite-Kiddo die Wörter mal benutzen. Dann denk ich auch so, alter Junge. Warum guckst du das denn? Nein, mir wird die Scheiße halt immer empfohlen. Klicke ich einmal rauf, um zu gucken, wer sich die Scheiße da angucken tut. Und dann sagt er mal, Oh, du 31er! Mit seiner dreijährigen Stimme da, alter. Denk ich mir, boah. Wird so geil, dass der Auto-Tune hat. Ja, du hast absolutes Baba Ehm gehabt. So, das könntest du dir halt gar nicht geben, ne? Sehr scheiß. Boah, Kalle, du bist so ein Fan-Eknife. Ich bin geschlossen. Ja, aber erstmal wieder Messer. Schießt du erst mal Messer? Nein. Erst schießen, dann Messer. Ja, komm mal die Scheiße. Das ist ja okay, wenn du da drei Zentimeter vor dem Fan stehst. Das ist trotzdem Panic-Eknife. Den bleibst du, wenn du dich erschreckst. Ne. Ne. Und man meint nicht zu treffen. Man muss Kalle meinen mit seinen 812. Die Ziele beschützen. Feindliche Vorräte unterwegs. Nice German Skills. Ja, ich weiß. Was? Hat er wieder Paket mit C geschrieben? Ja. Paket. 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 Das ist ja auch ein bisschen verpressert. Oh, lieber. Nicht zu die. Der Rasenmäher ist auch ruhiger. Oder Rudolf? Ich weiß gar nicht so genau. Ne, Rudolf hat sein. Der Rasenmäher ist auch ruhiger. Nils. Ganz ehrlich. Ich bin dir hinterhergewieselt. Ja. Ganz ehrlich. Das hast du verdient. Du musst so low gewesen sein. Du bist da runter gesprungen. Ich schieß dich ab. Aber ich hab keinen Fallschrank vom Ruderspiel bekommen. Ja, du bist da rot, wenn du da runtergesprungen bist. Der war da. Der ist ja der Fraschus. Sauber. So witzlos. Ey, ist aber ganz ehrlich. Mein Ruderspiel ist mal rot wie sonst was. Stervus, Nixus, nicht Machus, ey. Dann hab ich da irgendwas, was für dich keinen Fallschrank bekägt. Der war ja noch rot. Ja, aber da musst du so low gewesen sein. Wenn du beim Schocksteigen schon stirbst. Ja, du hast mir auch einen absoluten Bubba-Shot gegeben. Oh, Alter, ich mute dich gleich. Wie bitte, Jonas? Alter, ich schlauze hab ich gesagt. Muss los, Digger. Oh, komm, ey. Oh, beide. Oh. Oh. Da hab ich jetzt keine Zeit für. Enten. Bei uns. Jawoll. Jawoll. Ich mach noch kein Scharfe. Jetzt bist du ja auch noch... Komm, du bist ja genauso mitfriggert hier oder was? Kein AIM! Kein AIM! Da hatte ich jetzt echt gar kein AIM. Ich hab den überhaupt nicht gesehen bei dir. In dem... Da hatte ich wirklich. Null AIM. Oh, das war schon mal schlechter als AIM gehabt. Okay. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Suchen und zerstören. Dead and destroy! Das Ziel räumen. Wir haben die Bombe. рception. Hier. Jetzt letzte nächste Woche. Sehr oder doctor? Ruge Ach. Das is какой bed. Ding. Das is... Oh, gott. Hast du geschossen? Ja, ja. Ich hab dich geschossen. Oh, mir. Du machst das. Oh, ich bin wieder mit zwei Schuss tot, ey. Der Panzerkiller-Krone eingesetzt. Sehr gut, Rüdiger. Oh, Mann, sehe ich ihn da auf und stehen und schau ihn doch mal mit Rüdiger entgegen. Ja, der Papierflieger. Mann, ey. Den hab ich noch geschossen. Kann man Rüdiger eigentlich abschießen? Ja, klar. Bestimmt. Anständige Ausführung. Der wird auch bestimmt nicht viel aushalten. Der ist wahrscheinlich mal ein Patsch, dass der kaputt hat. Das heißt, weghacken auf jeden Fall. Ist das denn Deiner? Oh, der braucht den Adawak bauen. Der geht hoch. Ich brauch mal ne geile Messen. Ich glaub, der geht dann hoch. Ich glaub, das ist nicht Deiner.